Hallo meine Freunde und somit herzlich willkommen zurück mit einer weiteren Folge Ark Extinction. Ja, ihr seht richtig, hinter mir ist mein geiler Attack Rex. Ja, habt ihr höchstwahrscheinlich alle verpasst, diejenigen, die alle auf YouTube zugucken und einen neuen Sabertooth. Und zwar habe ich gestern, beziehungsweise gegen Mitternacht, einen Livestream gestartet auf Twitch. Der Link ist auf jeden Fall nochmal in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken, Follow da lassen und dann verpasst ihr keinen weiteren Stream. Ja, wie gesagt, den Attack Rex haben wir uns dort getamt und den Sabertooth. Es sind dort auch Sachen passiert, die waren wieder einfach nur nervtötend. Denn ich hatte den Sabertooth über Level 300, der ist leider von uns gegangen. Aber naja, ich habe mir gedacht, den Rest lasse ich erstmal hier auf jeden Fall, den Attack Rex. Der ist mega stark auf jeden Fall, mal gucken, vielleicht hat er noch Prime Meat. Ansonsten gehen wir jetzt ins Wüstengebiet und holen uns einfach mal so einen neuen Raptor. Das ist safe. Ich mache mich jetzt einfach mal auf den Weg. Wird wahrscheinlich dauern, bis wir da sind, aber... Oh, scheiße. Ich glaube, ich muss ihn mal ein bisschen weglocken. So, wir sind langsam auf dem Weg. Dort hinten ist gerade irgendetwas runtergeflogen. Ach ja, und ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn man Sabertooth hat. Und im richtigen Moment immer die Leertaste drücken, dann ist der übelst schnell. Aber ich denke mal, das kennen die meisten von euch. Ihr seht ja selbst hier. Immer im richtigen Moment drücken, dann ist er übelst schnell. Von Stamina verlegt er eigentlich auch nicht gerade viel. Aber, ja. Schade, ihr habt leider im Livestream verpasst, wie schnell der Level 300 da Sabertooth war. Der war übelst schnell. Und keine Ahnung, was die Kreia tut, der jetzt hinter mir möchte. Aber auf jeden Fall mein Tod. Ist die schneller eigentlich, wenn ich gehe? Nö. Also, jo, genau. In dem Moment musst du auch kacken. So. Ah, wir sollten ja gleich da sein. So. Ah, hier geht's nach oben. Sehr schön. Jo, wir sind dran. Wir sind da. Wir sind da. Sehr schön. Oh. Alle auf dem Pteranodon. Oh Gott. Das schlimmste Viech hier. Definitiv. Ah, sehr schön. Und sieht... Oh, es regnet. Und seht das euch an. Überall nur noch Wüste. So. Tickner hat mir natürlich einen Tipp gegeben. Da hat... Oh, ich hab da schon einen. Ich hab da schon einen. Ähm, ich soll hier irgendwo mein Bett aufstellen. Und das werde ich definitiv hier machen. Äh, das natürlich nicht geht. Da ich keinen Boden habe. Äh. Was brauche ich denn dafür? Holz und Stroh. Hey. Komm mal mit. Komm mal kurz mit. Ich muss da vorne an den Baum ran. Und dann... Sollte es hinauen. Los, komm. Ach, scheiße. Das sind Pilzbäume. Ja, ob der genauso. Blue Crystal. Aha. Ach, sch... Komm. Ist egal. Komm. Wir kriegen das auch so hin, oder? Sabertooth, komm mal her. So, Freunde. Ich muss hier runter. Ich muss hier runter zu den... Was rennt denn da lang? Leute. Die Ponys gibt's hier drin. Och, nice. Die Ponys gibt's wieder. Oh, Kanus. Zwei Stück. Los, schneller, 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 schneller. Ah, Skorpion. Ja, okay. Sollte aber alles noch im grünen Bereich sein. So, Freunde. Jetzt aber. Ich denke mal, wir haben jetzt genügend Sachen eingesammelt. So. So. Einmal herstellen. Das reicht ja aus. Ne, mehr brauchen wir ja nicht. So. Zack. Ganz einfach. Knallt es. Auf jeden Fall nicht hier ran. Das geht irgendwie nicht. Ja, dann würde ich halt vorschlagen. Äh, warte mal. Wo haben wir das hin? Hier unten. Ja. So. Das Bett einfach drauf. Zack. Alles ist gut. Nur damit wir respawnen können. Falls es dazu kommen sollte. So. Aber ich habe hier unten Raptor gesehen. Genau da. Warte mal. Wo ist er denn jetzt? Nee, das ist er nicht. Wo ist er denn jetzt? Da. Direkt voraus. Oh. Der blutet stark. Level 48 hat er. Oh. Der möchte mich angreifen. Wie viel Level hast du denn? 16. Zäh. Komm mal ran. Oh. Ich wollte gerade sagen, was ist los hier? So. Auf jeden Fall. Müssen wir erstmal ein paar Sachen wieder loswerden. Nicht, dass wir zu schwer sind. So. Genügend Prime Meat haben wir. Für das kleine Viech. Ah. Komm mal. Sabertooth. Sehr schön. Einmal kurz Gewicht hoch. Nice. So. Ich. Ich kümme mir den. Wenn der schnell geht, würde ich sagen, tamen wir uns zwei. Eindeutig. So. Ich würde normalerweise in dieser Folge eine Eule tame, aber da denke ich mir, ah. Ich will so einen haben. Ich habe die bei Tilo gesehen und ich muss die haben. Und die sollen wohl Auto-Aim haben. Nein. Okay. Okay. Fuck. Fuck. Ich brauche mal ein Saber. Ich brauche mal ein Saber. Neutral auf jeden Fall. Neutral. Bleib neutral. Neutral. Scheiße. Mein Sabertooth stirbt. Dicken Grander. Dicken. Los, bitte. Ah. Ja. Okay. Okay. Passt. Alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Hast du toll gemacht. Hast du toll gemacht. Ähm. Passiv. 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 Komm her. Komm, du stirbst. Äh. Freunde. Das Problem ist jetzt, die haben Auto-Aim. So, Freunde. Ich habe es mir anders überlegt. Ich lasse mein... Ah. Sabertooth. Komm her. Du sollst auch eigentlich stehen bleiben. Ich lasse mein Sabertooth hier oben. Ähm. Bevor er stirbt. Ich... Ich... Ich kann das nicht. Er muss überleben. Er muss überleben. Ich lasse ihn aber dennoch auf Neutral. Ich weiß halt nicht, was passiert. So. Aber... Der hat Level 24. Den... Den... Den sollten wir schaffen. Den sollten wir schaffen. Aber wie gesagt, er hat Auto-Aim, ne? Das... Da müssen wir wirklich aufpassen. Wenn der uns kriegt... Ah. Ich dachte... Okay. Okay. Dachte, wir schaffen das. So. Sind wir halt jetzt hier drauf. So. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er jetzt? Boah. Da vorn. Da vorn. Da vorn. Bei den Kanos. Ich schieße jetzt drauf und hoffe, ich treffe ihn. Ah. Da ist er. Da ist er. Bitte lauf rein. Bitte. Zack. Ah. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Warte mal. Ich... Ich mache das anders. Komm, bitte. Bitte. Ah. Okay. Ah. Jetzt habe ich ihn. Jetzt. Ah. Hör auf, dich zu bewegen, Alter. Ach. Jo. Oh Gott. Ich... Oh Gott. Wenn das jetzt ein anderes Viech... Alter, wie ist einfach den... Das Känguru abknallt. Okay. So müssen wir den jetzt betäuben. Geht halt nicht anders. Äh. Skorpion. Hör auf damit. Skorpion. Hör auf damit. Lass meinen Raptor in Ruhe. Ohne Scheiß. Lass es. Wow. Wow. Holy shit. Also. Ein Tipp von mir. Tamt ihn von oben. Vom Felsen aus. Anders. Anders kriegt ihr das, glaube ich, nicht. Boah. Er zückt. Er macht seine Maske schon auf. Komm. Zeig dir ein wahres Gesicht, Alter. Also wenn ich es schaffe, ist natürlich so ein Raptor dran. Ja. Sehr schön. Und ein Skorpion. Du kommst auf jeden Fall mit. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ah, Kano. Kano. Okay. Dann musst du halt down. Komm. Komm her. Komm. Zumindest habe ich noch kein Kano. Dann kann er jetzt mit. Er ist ja zum Glück schnell. Das heißt, wenn wir nach Hause wollen, das geht ja rucki zucki hier. Na, Kano. Komm. Komm, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ah, Dicken. Ah, du bewegst dich ein bisschen zu schnell, ne? So, geh jetzt bitte down. Komm, los. Ah. Na, 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 na. Jo. Jo, den kriegen wir. Den kriegen wir, Leute. Ich laufe hinterher. Komm, den kriegen wir. Hey, hey. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Sag ich doch. Wo willst du denn hin, Alter? So, aber er hier ist erstmal wichtiger. Zu 100%. Ja, komm mal her. Guck mal hier. Richtig schönes Fleisch für dich. Ja, guck mal. Der mit zwei Happen ist ja getamed. Ja, nice. Oh, bitte ohne Sattel. Bitte ohne Sattel. Ich weiß nicht mehr. War die bei Tick noch... Waren die Dinger ohne Sattel oder mit Sattel? Ja. Geil. Oh, holy shit. Ah, nein. Nein. Ehrlich jetzt? Aber geil. Komm mal her. So, was hast du denn? Ah. Könntest du ein bisschen mehr haben, ne? Aber komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. Alter, gehen die brutal. Ja, nice. So, ein Kano haben wir vielleicht... Oh, pssch, pssch, pssch. Ding. Oh, oh. Nicht gut. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Äh, Raptor, kannst du bitte kommen? Raptor, kannst du bitte herkommen? Komm, komm mal. Okay. Oh, fuck. Er stirbt. Er stirbt. Er stirbt. Er stirbt. Er stirbt. Definitiv. Yo, hab ich doch gesagt. Hey. Yo, lass uns einen neuen holen. Hey. War ja nicht anders zu erwarten. Ah, komm mal voraus schon wieder welche. Oh, Level 200. Heilige Scheiße, ob ich den kriege? Ah, das war die falsche Taste. Ähm, so. Ich hab 5 davon. Ja, komm. Komm, ich, ich gönne mir den Level 200 da jetzt. Das ist mir scheißegal. Ich werde ihn zu 100% kriegen. Er muss nur herkommen. Er muss nur herkommen. Hat dich echt zu hoch ran? Oh, ich glaub, der hat mich schon gesehen. Äh. Äh, warum wird er denn jetzt nochmal verstärkt? Hä? Das ist ja, äh, nicht witzig, ne? Das ist grad überhaupt nicht witzig. Äh, wo willst du hin? Alter. Oh, da muss ich vorsichtig sein, ne? Da muss ich vorsichtig sein. Warum haut er denn jetzt ab? Warum haut er ab, Leute? Weiß das einer von euch? Nein, 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 nein. Oh Gott, bitte nicht schießen. Holy shit. Okay, das wäre, äh, beinah böse ausgegangen. Jupp, da ist er. Äh, geil. Ich hoffe, der bleibt jetzt so stehen. Oh, das wäre mega. Dann haben wir ihn. Jupp, Level 200er, äh, Velo, äh, irgendwas gehört uns. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Hallo? Natürlich wäre es schön, wenn er schon liegen würde, ne? Aber, äh, ja, ja, komm, Level 16. Hm. Ähm, wo ist er denn jetzt? Ich versuche mal da vorne drauf zu gehen. Oh, 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 oh. Oh Gott. Hoffentlich keine Headshots. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, und wie gesagt, die haben Auto-Aim. Jetzt. Das heißt, äh, man kann auf jeden Fall schnell sterben. Zumindest habt ihr es ja vorhin beim ersten Mal gesehen, als wir so ein... Alter, wie die hier lang schleichen, ne? Ja, komm, den kriegen wir. Ich hab noch genügend Pfeile. Das ist das Gute. Oh, da hat er mich grad getroffen. Äh, äh, vorsichtig. Ja, komm, den... Den sollten wir kriegen. Oh. Er guckt schon so eklig. Yo. Oh, fuck. Ich dachte, der wäre down. Ah, er beschießt mich. Oh. Alter, holy shit. Er schießt die ganze Zeit. Er schießt die ganze Zeit. Ja, seht ihr das? Seht ihr das? Er schießt die ganze Zeit. Also, macht am besten das, was ich jetzt hier grad mache. Ansonsten, äh, keine Chance. Ich weiß ja nicht, wie die Stahlrüstung... Wie, wie die das aushält, aber... Oh. Oh, fuck. Ernsthaft jetzt? Ah. Kann man nicht irgendwie hinter die komischen Dingens da schießen, damit die mehr, äh, abkriegen? Aber er haut ab. Seht ihr das? Heißt das jetzt für mich, er ist gleich betäubt? Ich hoffe es. Na, los, komm, liegt flach, Alter. Ich... Ich kann auf jeden Fall nicht nah ran. Dann bin ich tot. Ja, komm, die sitzen noch alle. Das ist gut. Ah, jetzt... Nice! Er ist down. Er ist down, Leute. Er ist down, Freunde. Level 200er, Alter. Level 200er. Plus Auto-Aim. Ja, göttlich. Ne? Hau rein. Gönn dir. Ne? Ich hab Zeit. Wir passen jetzt auf dich auf, sodass du nicht stirbst und danach... Oh. Ne, echt jetzt? Heilige Scheiße. Ich brauch meinen Saber. Der kriegt nicht genügend Fleisch. Oha. Nicht gut. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Na, komm ran. Oh, guck mal, Freunde. Ich hab meine Hose verloren. Die Hose ist weg. Ach, du Scheiße. Das ist ja witzig. So. Jetzt ist die Frage. Wo kriegen wir gutes Fleisch her? Der Kanu. Ah! Fuck. Okay. Ich brüche mal. Da oben ist ein Velo. Oh, den schaffen wir. Den schaffen wir. Komm, geht down. Geht down, Alter. Schneller. Los. Der Prime mit. Der Prime mit. Komm, du Schassers. Komm. Ja, sehr schön. Mehr davon. Sehr schön. Machst du das selber. Sehr schön. Oh, göttlich. Mehr davon. Mehr davon. Nice. So. Das kann alles weg. So. Wie komm ich jetzt da oben hin, ohne dass er mich kriegt? Wie viel hat er denn? Level 208. Ah. Oh. Vorsichtig. Okay, das passt alles. Nein, nein. Oh, du fettes Rindvieh, Alter. Alter, ohne Scheiß. Lass es. Das war nicht sein Herz, oder? So. So, wie viel hast du schon? Wie viel hast du schon? Alter, der hat die Hälfte schon fast. Ja, nice. Och, ist das geil. Freunde, wir haben gleich ein Velo. Aber der stirbt mich gerade. Der 208er. Könnte ich noch kriegen. Rein theoretisch. Aber ich könnte aber auch sterben, ne? Das ist halt, äh... Das, was jetzt das Blöde ist. Ähm. Komm mal mit Skopien. Du kommst erstmal runter hier. Na, hier greif... ...den kleinen Känguru an. Ey, mir ist das im Endeffekt scheißegal. Hauptsache meine Dinos bleiben jetzt endlich mal am Leben. So, wie viel Kreml hat er denn noch? Zeig mal her. Zeig mal her, meine Schöne. Och, endlich mal wieder ein Erfolg hier. Fünf. Jo, das passt. Den gönnen wir uns. Oh, der sieht aber auch so schön aus, ne? Guckt es euch an. Ich weiß, ihr kennt das schon aus Tilos Folgen, aber... Ich bin froh, dass ich ihn allein down... down bekommen hab. Und zwar, obwohl die Auto-Aim haben. Das müsst ihr euch vorstellen. Also, ihr habt ja gesehen, wie gut die schießen können. Aber der Kleine da. Ich würde den auch noch gehen tamen. Aber ich glaub, das mach ich für euch in einem Livestream. Damit ihr das nochmal live sehen könnt, wie ich so ein Ding tame. Oh, das Ding soll nur fertig werden. Ich muss das ja auch noch nach Hause bringen, ne? Das wird das Schwierigste wieder sein. Ob ich jetzt hier sterbe oder nicht, das ist ja nicht so tragisch. Aber, ob ich heil nach Hause komme oder nicht, das weiß ich noch nicht. Aber, wir sollten das schaffen. Kriegen wir hin, Leute. Wir warten jetzt nur noch, bis das Ding getamt ist. Ich denk mal, eine Minute wird's noch dauern. Dann haben wir es. Ja, eine Minute kommt sogar gut hin. Aber ansonsten würde ich sagen, die Wüsten-Map ist ein bisschen klein, oder? Wir gucken mal, kurz auf die Map. Okay, die ist genauso groß wie die Winter-Map. Aber die Winter-Map schien mir etwas größer. Oder vielleicht täuscht das, weil hier wirklich nur Flachland ist. Und keine großartigen Berge und so. Aber ihn hier. Der wird definitiv irgendwann getamt. Der Juti. Definitiv. So, was sagt man, Kleiner? Noch einmal Happy machen, oder was? Ja, sehr schön. Macht es. Also, es ist ja kein Primit mehr. Deswegen dauert das jetzt gerade wieder. Aber komm, lass es noch ein- bis zweimal essen. Na, guck mal. 93,3. Das passt. Da kommt ein Kano. Saber. Wir müssen ihn beschützen. Kostet was wolle. Ich würde dich sogar opfern. Denn, wie gesagt, in meinem Livestream, da hat er mein Sabertooth. Der war... Der hatte eine richtig, richtig schöne Farbe. Ich glaube, der war grau, schwarz und über 300 Level. Freunde, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und... Mann, der war so schnell. Der war wirklich so schnell. Alter, die sehen übelst geil aus. Das schon wieder? Was, was, was für... Guckt es euch an. Da ist wieder einer. Und? Da ist wieder einer. Oh, sogar blau-rot. Nice. Och, geil. Komm, es wird Zeit, dass du ausstehst. Wir müssen... Ja, Freunde, einmal essen noch. Heilige Scheiße. So, es dreht sich gleich um. Ja, da ist es. Ja, nice. Ach, du bist so... Level 282. Alter. Ja, dann würde ich sagen, Freunde. Wir werden jetzt nach Hause gehen. Falls dort etwas passieren sollte, schalte ich sofort wieder ein. Das könnt ihr mir glauben. Jetzt müssen wir erstmal heim. Wie schnell ist er denn? Nein, echt jetzt? Können die nicht rennen? Der muss doch irgendwie rennen können. Äh, hallo? So, sag mal, was läuft gerade bei dir falsch? Kannst du mir das mal erklären? Ähm. Niedrigster. Mal gucken. Ne, echt? Die können nicht laufen, Leute. Ne. Ne, glaube ich nicht. Ne. Oder? Nein, 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 nein. Niedrigster. Definitiv. Aber. Die können nicht rennen. Die können echt nicht rennen, Freunde. Also, so wie es aussieht. Die können nicht rennen. Aber der andere konnte doch auch rennen. Warte mal. Ich mach's jetzt mal anders. Greif mal mein Ziel an. Was macht er jetzt? Hallo? Äh, hallo? Ach, jetzt. Jetzt. Alter, hier. What the fuck? Ja, Mann. Der gibt 20 ab. Ach, guck mal. Jetzt rennt er. Leute, das war ein Bug. Das war ein Bug. Hier. Pass auf. Hier, Freunde. Da, nicht da. Hier. Pass auf. Hier. Guck mal da. Zack, zack. Alter. Guckt es euch an, wie die Stacheln in ihm drin stecken. Alter. Holy shit. Ja, Mann. Ja, wie, ich würd sagen, äh, alle Dinos werden sterben. Schieß ihn ab. Hier, komm, schieß ihn auch ab. Oder greif ihn an. Mir ist es egal. Jo, der kann auch normal angreifen. Alter. What the fuck? Ho, ho. Ja, ich würd sagen, ähm. Davon werden wir uns ne Armee holen. Davon könnt ihr ausgehen. Alter, hört ihr das? Was war das denn? Ja. Krass. Alter, ihr habt's ja grad gesehen, Freunde, ne? Holy shit. Holy shit. So, aber jetzt. Oh, er zerfleischt die Viecher halt noch. Soll auch ruhig. Ähm. Und ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal auf dem Weg nach Haus. Es wird sehr, sehr lang dauern. Aber naja. Dann würd ich sagen, bis gleich, Freunde. Ja, Freunde. Ihr habt's grad gesehen. Also, es ist kein Problem mehr. Ich brauch jetzt keine Sorgen mehr zu haben, dass ich hier irgendwie umgebracht werde oder sowas. Der kleine Racker hier. Der rettet mich. Ist egal, was kommt. Ist egal, was da ist. Er tötet einfach alles. Da, da. Na. Innerhalb von ein paar Sekunden gleich 300 Schaden abgegeben. Ich denk mal, das war ungefähr 300. Na, aber komm. Jetzt müssen wir mal langsam los. Einfach zerschossen. Hier, komm weg mit dir. Keine Chance. Ich werd dann deiner Stelle weggehen. Weh los, schieß mal bitte. Okay, oder so. Oder so. Alter. Du bist, du bist eine Schönheit. Weißt du das? Jetzt können wir, jetzt können wir uns rächen. Endlich. An den ganzen Dinos, die uns getötet haben. Und. Ich zeig euch das mal. Ähm. Ähm. Und ich mach mal Gewicht auch nochmal hoch. Ist ja nützlich. Wir können natürlich auch wieder Level aufsteigen. Ich würd sagen, da machen wir mal Bewegungsgeschwindigkeit wieder höher. Den Rest können wir später machen. Hier, und falls ihr das noch nicht gesehen habt. Die Kapseln, die da unten sind. Wenn ihr in der Nähe seid. Da. Kommt dann irgendwann eine Kuppel drumrum. Und ihr müsst dann das Ding. Ich bin der Meinung nach dementsprechend verteidigen. Es wird nicht einfach sein. Ne. Das heißt. Geht da wirklich nur rein. Ich würde sagen. Wenn ihr sowas hier habt. Oh. Wenn ihr so einen Freund habt. Wie mein hier. Ne. Diese übelste Maschine hier grad. Ne. Wenn ihr so einen habt. So zwei, drei, vier Stück. Geht ruhig rein da. Ne. Aber ohne den hier. Lasst es am besten sein. Okay. Vertraut mir. Wir müssen jetzt heim. Was? Warum bleibt er denn stehen? Jetzt komm. Hallo. Alter. Ohne Witz. Der tötet der Scheißvieh. Meine Fresse, ey. Boah. Warum blieb es denn stehen, Freunde? Habt ihr das grad gesehen? Es blieb einfach stehen. Jetzt kommt es wieder automatisch. Zu mir. Versteht nicht. Hm. Komisch, komisch, komisch. Ah. Hier hoch. Freunde. Wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir im Lager. Boah. Alter. Dann haben wir es geschafft. Von rechts. Zur linken Seite. Holy shit. Alter. Okay. An den T-Rexen müssen wir vorbei. Ich werde den jetzt auch. Ich denke mal auf Passiv stellen. Du kannst aber auch herkommen. Also irgendwie verstehe ich das Scheißvieh nicht. Ja komm. Ist ja komisch. Das ist echt komisch. Ab und zu reagiert das Ding. Ab und zu reagiert es nicht. Sobald ich es einmal umstelle hier. Von wegen auf Passiv auf Aggressiv oder so. Weiß nicht. Komisch. Aber da oben. Da oben ist mein Lagerfreund da. Falls ihr eine gute Position haben wollt. Okay. Es ist auch ein bisschen gefährlich. Aber nichtsdestotrotz. Es ist eine wunderschöne Position. Das verspreche ich euch. Ne. Ihr seht es ja selbst. Man ist eigentlich direkt im Mittelpunkt. Vielleicht ein bisschen entfernt von den Kuppeln. Aber. Da muss man ja nicht immer sein. So. Dann wollen wir mal rein hier. Dann haben wir es endlich hinter uns. Was läuft hier sonst noch so rum? Okay. Nur Pflanzenfresser. Ah. Vorsichtig. 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 Ja meine Freunde. Dann würde ich sagen. In der nächsten Folge werden wir ihn nochmal richtig ausprobieren. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Falls ja. Dann lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und schreibt mal was in die Kommentare. Und. Ja. Wie gesagt. Wir brauchen für den Saber einen guten Namen. Für den Willonen einen guten Namen. Für den Tag. Für den Drachen noch immer. Und. Für. Den. Vogel da oben. Für den Troll kamen wir ja schon links. Ich dachte der Drache wird eh sterben. Aber er lebt dennoch. Also. Haut raus. Haut raus. Wir brauchen Namen Freunde. Dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Ja, dazu würde ich sagen, legt euch nicht nochmal mit meinen Dinos an, ne? Alter, okay. Macht weiter. Haut drauf. Haut drauf. Allesamt. Dann ist das halt so. Hohohoho. Tja. Alter, wie die Dinger da in ihm drin stecken. Ich glaube, das tat weh, ne? Ja. Alter. Und mein Drache konnte leider nicht angreifen. Schade. Naja, Freunde, aber jetzt. Tschüssi.